Wir stehen auf Platz 1 der Schweizer Hitparade mit ihrem achten Album Naked. Noch vor ein paar Monaten standen die fünf Basler Musiker mit abgesägten Hosen da. Ihre amerikanische Plattenfirma machte die Schweizer Abteilung dicht und ließ die Band ohne Vertrag zurück. Jetzt treten die Lovebugs die Flucht nach vorne an. Sie zielen auf ein breites Publikum und wagen sich zum Start ihrer Schweizer Tournee sogar aufs Glatteis. Die weltweit grösste Eislaufshow hat gerufen und Zehntausende sind gekommen. Backstage singen sich die Lovebugs ein. Sie beschwören den Geist von Freiheit und Unabhängigkeit. Die Lovebugs auf ungewohntem Terrain. Im Publikum hat bisher kaum jemand von ihnen gehört. Die Lovebugs zum Beispiel, was sagt Ihnen das? Keine Ahnung. Die kenne ich zu wenig. Die kenne ich nicht. Da haben wir eben die Kleinen dabei. Es muss nicht immer Mozart sein. Ja, ein Stück und dann kann man hören. Das ist es, was die Leute sehen wollen. Stars wie die Weltmeisterin Shizuka Arakawa. Ja, und musikalisch kommen wir jetzt zu einem Heimspiel. Sie wissen, von wem ich rede. Die Lovebugs! Auf dem Eis die deutschen Meister im Paarlauf, Kathi Winkler und René Lohse. Art on Ice ist eine Geldmaschine. Doch die Lovebugs verdienen keinen Franken damit. Sie können froh sein, wenn sie ihre Spesen einspielen. Immerhin dürfen sie ihren neuen Hit einem Massenpublikum präsentieren. Mir gefällt der Titel sehr gut, zu dem wir laufen, Everybody Knows. Und wir sind sehr glücklich damit, ja. Die Jungs sind auch super drauf und wir haben auch neben der Eisbahn viel Spaß mit den Jungs. Auch die Weltmeisterin Shizuka Arakawa ist begeistert und will sogar ein Autogramm von dem Liebeskäfer. Sie revanchiert sich mit einem Instant-Tattoo. Die Schweizer Meisterin wärmt sich für ihren Auftritt auf. Jetzt geht Frontmann Adi in die Charme-Offensive. Seine öffentliche Liebeserklärung an Sarah Meyer. So sanft und so süss hat man die Lovebugs noch nie gehört. Das ist ein kleiner Teil des Spektrums. Wir haben ja fünf Lieder gespielt. Logisch ist das ein süsseres Spektrum für D.A.L.A. Das ist auch logisch, weil das passt auch. Aber wenn du ein ganzes Konzertkult schaust, geht das natürlich viel, viel weiter und dort stimmt dann einfach wieder so der Überblick. Die Rechnung scheint aufzugehen. Ganz neue CD. Immer oben, gell? Da können wir es auch mal gestalten. Das Geschäft läuft bestens. In den Pausen der Eislaufshows verkaufen die Softrocker insgesamt rund 1'000 CDs. Jetzt habe ich endlich eine CD mit einer Unterschrift von ihnen. Finde ich super. Wie sie spielen und so, ich finde es supermol. Das gefällt mir sehr gut. Die Lovebugs sind einfach genial. Ja, ich als Zürcher finde ich sensationell die Basis. Absolut spitzenmässig. Ja, ja. Haben die Lovebugs ihre Seele ans Massenpublikum verkauft? Es geht nicht ums Geld, sondern es geht ums Geld. Es geht darum, dass ich mit der Musik etwas ausdrücken kann, dass ich mit der Musik etwas rauslassen kann, was sie sich in mir ansteht. Und wenn ich rausgehe und schaue an unser Konzert, das sind so viele verschiedene Leute. Und das ist etwas, was ich finde, was diese Band ausmacht oder was ich so gerne habe. Dass es eben nicht eine Masche ist, sondern es ist irgendwie unser Lebensgefühl steckt in dieser Musik und das geht raus. Am Schluss wagen sich die Lovebugs selber aufs Glatteis. Zum Sound von Superstar Seal, dem elegantesten aller Soulisten der internationalen Popmusik, wie es im Programm heißt. Die Softrocker aus Basel, auf Tuchfühlung mit der Weltklasse der Unterhaltungsindustrie. Die Lovebugs selber aufs Glatteis. Die Lovebugs selber aufs Glatteis. Die Lovebugs selber aufs Glatteis. Vielen Dank.